Jetzt hast du es mir kaputt gemacht. Bis jetzt hätte ich gesagt, ja, aber jetzt ist es vorbei. Nein, also ich würde niemals sagen, also ich finde, nein, das sollte man nicht sagen. Man sollte nicht sagen, hey, fahr doch an einen See und steht davor, es ist ein Meer. Weil das ist immer negativ. Also man meint zwar, man macht es gross, aber eigentlich machst du das kleiner, wo es schon ist. Man sollte nicht sagen, oh, schau mal, ein See ist wie ein Meer, einfach nicht. Sondern man sollte sagen, hey, schau, das ist ein See. Du Dubbel, die Seer sind geil. Und jetzt geh an derselbe und bist glücklich für einmal. Kannst du in drei, vier Jahren wieder mal an das Meer. Und das Meer ist auch nicht so weit weg. Das ist ein 오랜만em Monat. Okay. Vielen Dank.